Hallo Freunde, willkommen zurück bei GTA 5! Wie ist der V restabermannt von Franz Beri? Hioo, ach schön. Oh ja. WeBrullenlos werden ja. Bun? Ich habe mir erstmal ne Eker. Wildes-F defending! Oheeeul! Soil. 72 Meter. Oh, ein paar Loops suffer! Ich fliege mit Maus, wovon ich hinkomme Ohja, unter der Brücke, looos, fliegt doch mal Oh shit Oh 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 shit Oh shit Oh shit Kacke Komm hoch Komm hoch Oh Komm hoch Na Na Komm Runter Schei Scheit Ich glaub das wars Oh der brennt Oh shit der brennt Schlicht Ja was ich So Aussteigen, Muni holen zu. Oh, Kackpalmen, ey. Muni holen. Muni, 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 Kofi. Ah, hebt mir Muni. Da ist meine Kalaschnikow. Da ist meine Kalaschnikow. Yeah, das war alles gern. Oh, Kaka, aber ein Schlag. Sau, du. Muni, 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 Tion. Ich gucke mich mal nochmal an. Stop. Ah, ich bin breit. Ich bin breit. Warum? Stop. ich bin ich nicht dass die polizei ich hoffe sehr groß ein mama oh nee jetzt Auto weg du Alter bis der Reifen knallt jetzt die cops ja scheiße haben wir sehen letzte jahr jetzt haben wir das was machst du auch nicht zu haben schießt ihr lochen tank Ja? Boah, wir quatschen am Hintergrund. Was ist denn? Hetzt sich nicht unter dem Entwolle. Wow! Posche! Meiner. Jaaaaaa! Mein Posche. Na gut, wenn er jetzt später mein Posche demoliert. Geil, Ferrari. Geil, Spieler? Geil, Ferrari. Geil, Ferrari. Oh, na. Das ist kein Auto, das ist ein Muschimagnet. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Geil! Du hast die einzige Schüler-Kamera, ey. Ja? Ja? Boah. Ah. Ah! Ah. Ah. Ah! Es ist nie. Nacional. Es wird auch nicht argumentiert. Und alles? Ich steige in! Neee! Mein Porsche! Ich muss ihn mal langsam loswerden, aber ich will den in die Garage juckeln, ey! Oh, ich steine! Oh, warte mal jetzt, haben wir so lange los! Ein bisschen intelligenter fahren! Nicht viel Holzbusse, sondern ein bisschen, bisschen eh noch führten fahren! Knall! Yes! Oh, shit! Shit! Ah, da kommt noch! Die blinken schon, ich sehe sie! Nee, nee, du musst da... Oh, nee! Oh, shit! Oh, oh, oh! Shit! Scheiße! Nein! Oh Gott sei es gedank! Oh Gott sei es gedank! Das war so knapp! So knapp! Ich habe nur noch auf den Radar geachtet, ey! Als ich von vorhin den Spieler davor rufen kann! Oh, du Schweine! Oh, du Schweine! Oh, du Schweine! Wie ist das, ey! So, ab in der Hütte! Ab in der Hüt! Ab in der Hüt! Jetzt fahre ich aber auch mal über Rot, ja, Leute! Nee! Gott sei! Oh, shit, ey! Oh, shit, ey! Ich gelte mich nicht auf jeden Arsch! Oh, shit, hinter uns! Oh, shit, hinter uns! Oh, der kommt doch! Der kommt doch! Der verrückt uns, ja! Der kommt hinterher! Der kommt hinterher! Fuck! Oh, shit! Oh, shit, ey! Jetzt sind wir irgendwo alleine und einfach mal in Ruhe chillen, ey! Oh, shit! Oh, er kommt immer noch hinterher, ey! Drecksau! Das ist meine scheiß Garage! Oh, schnell ab! Ich hab' mir alles entspannt! Ah, wunderbar! Nein! Mach' den! Der knallt dich nicht in! Hahaha! Geil! Woo! Neee! Ich hab' mir gerade so einen Sto-Kopf zum Arsch! Oh, Mann, ey! Ich will das Auto haben, mein Mann! Komm, würde ich's mir nicht! Scheiß! Du bist vorher schon erst gestiegen? Haha! So, erzähl mal, ja! Was ist denn hier im Angebot? Nice! Schön ist das! So, darf man nämlich ein paar! Und nämlich... Das ist voll! Gut! Darf man nämlich auch nur so voll, ne? Ach, siehste! Ich wollte mir ja noch diese komische... Das ist voll! Ich wollte mir noch diese Rohrzeigen holen! Jetzt mal, ich hab' mir auch... Das bei jetzt auch nicht nicht! Oh, die Rohrzeigen! Das ist voll! Das ist voll! Oh, okay! Wurzel brauche ich nicht! Habe ich Gatlingern? Krieg ich noch nicht! Gut! Alles klar, Leute! Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lassen wir euch hier da oder ein Abo! Ich würde mich riesig, 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 riesig drüber freuen! Ja? Wenn ihr mich weiter unterstützen würdet! Ich habe fast die 50 Euro den Tick-Tack! Und wenn ihr dazu beitragen würdet, wäre mega geil! Also von daher würde ich sagen, tschau, euer Flosch!